Hallo und herzlich willkommen bei Sportloop. Ich bin Dominik und will dir rasch eine von unseren Neuentwicklungen zeigen. Und zwar haben wir ja immer offene Ohren, wenn unsere Anbieter sich neue Funktionen wünschen. Und diesmal ist das ein Button, um sein Angebot auf Facebook zu teilen. Facebook ist noch immer eines der wichtigsten sozialen Netzwerke bei uns. Und seit kurzem ist es noch einfacher, deine Aktivitäten dort drinnen zu teilen. Jedes Sportloop-Angebot hat nämlich jetzt einen neuen Button, wo man das mit zwei Klicks erledigen kann. Den findest du auf der Anbieterseite direkt unter der Anbieterbeschreibung. Nach dem Klick darauf geht ein neues Fenster auf und im Hintergrund sucht ein sogenannter Crawler nach Informationen, die auch Facebook brauchen kann. Das ist ein kleines Programm von Facebook selber. Und ein bekanntes Problem davon ist leider, dass er nicht immer auf Anhieb auch gerade das passende Bild zum Text findet. Das ist aber nicht weiter tragisch. Falls kein Bild angezeigt wird in der Vorschau, machst du einfach das Fenster zu und klickst nochmal den Button an. Dann klappt das auch mit dem Bild. Das Problem betrifft übrigens auch nur die Vorschau. Im Post auf Facebook wird das Bild dann so oder so richtig dargestellt. Wenn du willst, dann kannst du auch noch einen Text verfassen und wenn du zufrieden bist, klickst auf Posten. Das kannst du natürlich nicht nur du machen, sondern auch deine Teilnehmer. Und das könnte doch eine spannende Möglichkeit sein, um neue Kunden zu finden. Du könntest ja zum Beispiel ein Gewünschspiel machen, wo du etwas Tolles verlostest. Und zum Mitmachen müssen deine Teilnehmer dein Angebot auf Facebook teilen und schreiben, warum sie genau zu dir in die Lektion kommen. So bekommen alle Facebook-Kontakte von deinen Teilnehmern mit, warum das Training mit dir so toll ist. Sie kennen dann auch noch jemanden, der dort trainiert. Und zusätzlich können sie über ein paar Klicks bei dir selber einfach etwas buchen. Könnte doch eine spannende Idee sein. Übrigens, falls du Facebook nutzt und möchtest wissen, wie du darauf werbung schalten kannst, für genau das habe ich einmal eine Videoserie gemacht. Klick einfach auf den Button unter dem Video, wo drauf steht Anleitung für Facebook-Werbung und dann kommst du zum entsprechenden Blogbeitrag bei Sportloop.